Prozent Versteh'n das immer nicht tun vor allem jetzt sicher was soll das denn für mich ist der Bock der Firma und dafür einen GM anschreiben zu müssen aber erst mal kurz runter zur Einzelnen und Maioren ja da ist vielleicht auch nicht wollen nicht wollen die Sport oder das kann auch nicht nur machen er die ganzen Mühe leicht die hier sind absolut richtig aber wenn wir eine gute Idee hat er in Macht alles aber wird ein weniger hochkommt das glaube ich eher weniger wir werden uns irgendwie Ersatz suchen müssen oder eben erst mal drauf abweichen dass wir zu zweit weitermachen oder so halt ja ich hätte schon eine Idee für ja ich hätte das schon Ideen aber Fehler müsste ich halt darauf einigen lassen es ist halt weniger Action sondern mehr Comedy aber mal schauen ja Comedy ist glaube ich auch die Zukunft Entschuldigung kommt ich habe irgendwas gemacht da kommen wir doch schon ganz schön hässlich das viel ja Comedy ist vor allem auf das Ding ist du hast halt diesen riesen Fächer was du halt ein Comedy machen kannst du kannst halt wieder du kannst heutzutage heutzutage ist ja Satire ist denn ja auch wirklich so nachher so ein bisschen grenzwertig ne du weißt er darf er das das ist halt dieses ne da muss man ein bisschen aufpassen aber im Prinzip wäre halt genau das genau das wäre halt meine da hast du meine Herzschwelle dein Humor ja das wäre mein Humor ich persönlich lache da auch drüber aber öffentlich denke ich mir auch so alter ist gut jetzt aber wenn du dann alleine in dein Zimmer sitzt mit dem ich bin ich bin ich bin ja und wie er hat man jetzt das nach einer Weile der der Haft die sie das haben haben ja hab ich er hat gut was also weiter ich so fährle einfach einfach mal Katzen in und selber machen einfach mal selber das verletzten und wieder in die Kraft platzten und wieder in die Mühle nicht mehr hässlich geführt hat schwarz-üblich was gebraucht wird allo die Kassler flutschen möglich ist denn los mit dir ein kleiner Kratz aber der Abgebung ist der Hammer ähm vorjahr er warum nicht die Appel spielst du neu ziehen rauskommen nicht ja aber nicht lieben boah weiß ich nicht aber am Anfang mit Jones und und so wieder gespielt und dann musste ich auch mit einem aus meiner Klasse spielen vollem musstest du ja weil weil er meinte das doch nicht mitnehmen ich so ich bin eigentlich nicht so für er ist ja nicht cool sagst du das heißt nicht cool er geht mir nicht auf den Senken nicht so cool aber hat mich dann breit schreien lassen und mit ihm gespielt und dann kam Alex irgendwann ich meinte ey dann lass doch jetzt noch mit Alex machen und er so nee bla bla blub ich so okay dann mach ich halt was mit Alex dann hab ich Alex auf Dings T6 gezogen und weiß ich nicht er ist ziemlich gut jetzt in der Diablos Season obwohl er jetzt gut ist weiß ich nicht mehr hat lange nicht mehr gezockt aber noch Level 67 und ey mich juckt das eigentlich nicht letztes Season hab ich gut gespielt da war ich in den Brecken 1 zumindest für eine kurze Zeit mal aber einmal ganz kurz reinstecken wieder ausnehmen Einheiten fürs Vaterland man kennt das ja ja die Struggles die Struggles sagt er naja ja 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 ich glaub ich könnte Comedian werden ich müsste mich nur hinstellen und irgendwas sagen und alle lachen direkt über mein Gesicht ja aber nicht über deine Witze hallo hast du mir viel gehört? ich hab gesagt über mein Gesicht ja ich dachte ich dachte das ist mein Witz gewesen nein äh dann ist das nicht lustig okay Spaß 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 du nimmst mich Spaß Blöd Zucker Was? Zucker Blöd Maladash 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 Kevins haben aber noch keine Diabetes wieso 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 sind hier so viele Kevins für die Alia so ja ich glaub das ist da ist auch schon Frost damit er weiß dass er Frostika ist schon mal nicht schlecht er ist aber kein Frostika oh was war denn? Frostmagier ach ja ok mit Plattenrüstung hab mich verstanden entdeck die Möglichkeit nein 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 Stratholme oh wollen nicht nach Stratholme dir runtergefallen? nein ich fand Stratholme immer schön ich bin grad wundervoll das war nicht nicht so schön aber gehört dazu mittlerweile alle alle coolen Indies haben die mittlerweile richtig umgestalten richtig scheiße gemacht finde ich Deadmines richtig schlecht also welcome to the Deadmines everybody in the Deadmines was muss ich hier machen hallo oh habe ich schon ah ne das war einer den ich slain musste ok dann müssen wir hier nicht irgendwas sehen ja wir haben die Tatin geschlägt und wir haben eine Quest bekommen ja wir sind hier geduldig hatte ja hast du auch gekriegt? das müssen wir auch machen das hast du Töte mal diese Stitches ja ja er heißt das Stitches oder nicht? diese großen Flickwerke kann ich mir das ziehen kann man danke das heißt das nicht Flickwerke das ist kleiner ok Stitches lebt kaum aber wenn er sich er hat so geheim damit mal einen Dekasper-flatschen also sollte so wie sie Ruhige dich noch mal ist ist das widerliche aber dann doch mal die müssen auch können und die dort im Skull aber 2 volle Beißen womit er sich Prozent verflucht und zu diesen bieten Gedanken ganz schön aber anstatt mit der Frau der Sitz mit dem Mann er schlechten Witz überschreiten Barro und Boden nein hallo jetzt oder war mir wohl so und Liga World Cup grün siehst du war nicht kann man mal machen gut ich fehler klar ich bin immer noch ausgeruht da auch noch 19 Prozent und zwar los also auch so voran erkennt man noch aus gut ist ich kann ja unter ich bin nachher wenn ich meine leisten oder so verändert weiß ich nicht habe ich mir das gefühl dass ich einmal spielgefüge rumfuscht und da habe ich gar Lust zu ja ich habe ich habe nur ganz ganz wenige er uns einfach nur für die übersicht aber zockt ja eh gar nicht richtig von da ist es ja egal ja aber trotzdem es macht es macht die kleinen die er uns machen machen es mir schon leichter zu spielen was denn wie kaum nehmen kommen aber gut zum beispiel oder eben oder eben die kürze ja ich würde niemals mit und die kürze der neue heilte ich habe noch nicht ja aber heute schon bis der Heiler haben es ist passiert für das Servergruppe sein das gemacht nie bei uns aber und erstmals so ja dass das sind die Prozent äh das sind die netten drei admins quasi ja die sind hier echt alle nett also ja ist doch schön dass das ding ist heute die spieler sehr sehr viele äh shooter etc so so wie du ich bin nicht sehr viele shooter und bisschen guter shooter ne ja das heißt du musst da rein und dann geht ein video los ich bin mal still während das video läuft ja aber es war damit wird oder viele die sprechen nicht wenn die über die ich habe ja auch dann weiß ich schon ich sehe aber die Untertitel keine Untertitel ex-nachricht da ich die paar da hat okay weil Alarm mir hat jetzt nur geschrien zum anderen äh geschrien äh und jetzt habe ich eine Kuhfresse vom Gesicht gleich auch mein Ding hat sich auch geahmen dann ja Dito ja ich hatte ein tauren Gesicht im Gesicht oh jetzt geht's gut also der Beweis das Tauren nichts im Gehirn haben er im Kopf das Bescheid macht nichts verlangt und ich ja das Verleihung meiner zum Einsatz vor der Hand nicht kommt es alles gut nö und es wäre eh schon alle nö eigentlich nicht ich habe und ich kann nur seine Kräfte an die abgeben da drin die so war das eben noch nicht so ja wo bei wem die Säure nichts können hier nichts abgeben wie lange ist das jetzt schon draußen das immer noch verpackt ist ich verstehe es nicht ich kann es schon verstehen ich nicht wir bringen ein Spiel halbfertig auf den Markt und und bringen den Rest als verkaufbare die jetzt ziehst raus muhahaha ungefähr so läuft das die Häuser das ist ein böser Mensch äh die äh Spieleentwickler sind böse Menschen wenn die so denken und so handeln Level Up Ju echt wo noch 64% wo ich noch ähm wir waren noch ein paar Leute die die mich verfluchen wollen und so ja hier verfluchte Magier darfst du mal hier das wohl kann hallo ich hätte die Rüsi titel er ist nicht dafür bezahlt wird der Begriff selbst dann nicht selbst dann nicht auch prinzip schon nicht nö Mama sagt ich soll mich nicht ändern nun meine Mama hat man gesagt das Leben ist ja nicht an der Praxis man weiß nie was man kriegt mein Name ist Forrest okay Forrest Gump ich gemerkt danke Forrest Gump ist cooler Film es ist ein cooler Film nur da noch Spirits Free hier ist noch ein Mage auch ich habe alle Mages Juni fehlt noch ein jetzt habe ich alles jetzt habe ich alle müssen wir die Geister von der Handfrei dafür müssen wir diese Menschenfresser Ficker da hallo komm mal zurück hier mach die mal weg macht das 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 weg zu sein die Gäste einfach und an anspieten ich werde kein Kanschi er will er nicht in Gangster da 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 hallo jeder Mann wo wir zu nehmen ich lieb nicht ja die werden ja auch nicht so angezeigt die laufen nur um ach so dachte das sind von denen von den dings da nein nach kratz habe ich dir schon mal gesagt dass die erste dass die cvdn ist neuerste glaube ich ja die wir ziemlich ähnlich aus aussieht nicht weil ich das ist unglaublich er hat auch echt viel Mühe dafür gegeben dass ich ein Lacrosse Pullover mal trage könnte jetzt auch Tim Janik für dich liegen das kannst du noch mal was nein nein für mich Annik dass er bloß runter sonst macht sonst geht das auf meinem roten Pol und da ich gelernt merkt man bin heimlich dcvdns-Fan ich bin heimlich dcvdns-Fan bis feld von dir selber war Verzeption macht nix er bleibt nicht mehr beklären können der der Wörter der Wörter der Wörter der Wörter der Wörter der Wörter für die Allianz die Standpläck längst habe ich bekommen Jo den den erfolgt Eastern Blacklands ich komme aus der östliche Bestländerwelsch harten großen Hammer ja Ronny soll ich schnell mitmachen oder heilen fragt ob er damage machen soll das willst du denn da jedes mal drin ja ich will gucken ob ich die Quest-Up geben kann das kennen wir doch schon wollen wir die denn abbrechen und nochmal neu annehmen warum nicht warum nicht weiß ich nicht wir haben wie das kein Video muss wieder die ganze Zeit in Tau und Kumpel Gumpen ja stimmt das könnte nicht passieren was muss ich machen wir müssen diese Viecher verbrennt du es meinten gekriegt damit musst du an diesen großen Hund ran und dann es klappt sogar macht er das jetzt von Weino oder man redet schon aber wir müssen ja nie bleiben glaube ich okay oder muss ich erstmal alles muss ja alles drum herum glüten das steht ja nicht das wollte ich auch gerade wissen auf jeden Fall blutet er jetzt gut ich glaube der blutet auch so nochmal bei einer beste die drei Leute weg und dann gucken wir mal mach das doch selber ein Zwerg okay 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 okay